Also der Hut, der ist jetzt schon sehr chinesisch. Und ich brauche Tesafilm, damit ich mir Schlitzaugen machen kann. Das hält ja nicht. Doch, doch, das hält. Auf der fettigen Haut. Das kennen wir, das kennen wir. Ich brauche Tesafilm. Ich brauche Tesafilm. Im Büro ist Tesafilm. Das stellen Sie aber an heute. Monopoly, das hat der... Nein, du, das ist ein guter Einfall. Der Gerhard Schmitt, äh, der Gerhard Schäff, na. Richter. Gerhard Richter. Ja, der Maler. Der Maler. Der hat 66 das so gemacht, so mit Tesafilm sein Gesicht fixiert. Das sieht sehr gut aus. Für eine Party, oder wofür? Nee, für Selbstverträge. Das ist doch chinesisch. Das ist doch recht chinesisch, finde ich. Total chinesisch. So, können wir gleich anfangen? Schnell. Schnell. Das ist aber sehr chinesisch. Läuft. Hang. Ming Hai. Neffe oder Schüler des Konfuzius. Ja, kann man sagen. Konfuzius' Großonkel. Urgroßonkel. Konfuzius. Und das ist China jetzt auf dem Weg zur Weltmacht. Da hat das eine Bedeutung. Ja, viele machen, China. Immer viele Sachen machen, ne? Pullover, Hemd, Schuh, Auto, Koffer, Tasche, Arbeitstasche. Alles China machen. Belille, Parfüm, Ohrenstöpsel. Alles China machen. Alles China machen. Unterhemd, Oberhemd, zwischen Karton. Alles, Schuhsäule, Nagellack, Nagellackentferner. Alles China machen. Alle Kohleofen, China machen. China machen. Auch Gelddruck in China. Sehr gut, China machen. Schmale Augen. Schmale Augen. Aber sehen viel. Immer lustig. Immer lustig. Immer nur lächeln. Immer lächeln. Augen, das zu sehen mehr, wie Augen, das offen. Das ist ein Satz von Konfuzius. Das ist kein Satz von Konfuzius. Nein, das Satz von Urgroß, Neffe von mich selbst. Mein Satz. Was kann man eigentlich von Konfuzius im Allgemeinen sagen? Es ist ein großer Lehrer. Ja. Ein Lehrer des Volkes. Lehrer. Von Mao zu Tung verurteilt. Ja. Abgelehnt. Mao zu Tung nur nix. Gut. Ach. Schwimm. Mao. Schwimm. Während Konfuzius im Trocknen sitzt. Richtig. Sitze. Sitzen. Konfuzius sitzen, denken. Mao, schwimm. Geheimnisvoll. Ja. Ich bin V-Mann. Ah. Als ob kleine Schritte trappeln. Genau. V-Mann. Ah. Das ist was. Abenteuer zum Beruf gemacht. Vertrauenssache. V-Vertrauen. Vertrauen. Mir. Vertrauen ist das halbe Leben. Richtig. Ist in der Finanzkrise seltener geworden. Finanz wird auch nicht mit V geschrieben, sondern nur mit einfach F. Und dann habe ich noch die. Das ist natürlich auch gut. Die wäre natürlich tödlich. Ries gut. Ries gut. Okay, dann nehmen wir die. Ja, genau. Und ein ganz klein bisschen noch nach Form. Aber das sieht so sehr gut aus. Ja. Willst du es aus? Ja. Ja, ich halte es aus. Mir ist aber schon schlecht. Ja. Okay. Ja. Wir können. Ja. Nicht lachen. Weil ich muss mich mit einem anderen her setzen. So. Bisschen legerer. Ja. Guck mal zu mir her. Ja.